Yo, was geht ab? Willkommen zurück hier bei Valheim. Erstmal was essen. So, ich muss das Langschiff ersetzen. Bin jetzt nochmal da gewesen, aber das ist echt nicht möglich. Also nicht möglich, äh, die Nägel sind weg. Achso, klar, ich hab hier Eisen. Ich wollte es nochmal zeigen, aber die sind wirklich weg. Es würde mich wundern, wenn die irgendwie plötzlich mal wieder da sind. Ich mein, wäre cool. Ich glaube aber nicht dran. Und deswegen mache ich jetzt erstmal ein paar neue Eisennägel. Oh, das könnten wir auch mal machen. 30 hatten wir noch. Da habe ich vor vier Parts oder drei Parts erst nachgesehen. Ich hoffe, die hat inzwischen keiner rausgenommen. 70, 30, 100. So, für das Langschiff. Was brauche ich denn noch? 20 Hartz. 20 Hartz. So, habe ich. Warte mal. Warte mal. Was? Karwe? Langschiff. Ich wollte gerade sagen, ich habe das letzte Mal gar nicht Hartz gesehen. Brauche ich nämlich nicht. Kann wieder zurück. Hätte ich fast die Karwe gebaut. Hätte ich nicht, ne? Geht ja nicht. So, 10 Hirschfell. 40 Edelholz. 40 uralte Rinde. 40. Halt andersrum dann. Edelholz. 40. Und Hirschfell war es. 10, ne? Komm, pack jetzt auch mal unten rein. 10. Na. Alles dabei. Und jetzt setzen wir es da unten rein. Und damit wir das wenigstens wieder haben. Es wird dunkel. Ja, ich mach das lieber bei Licht. Weil ich dann vielleicht besser sehe, wo sich das hinsetzt. Heißt. Kurzes Nickerchen. Kurz ist gut, ne? Bis es wieder hell wird. Das sind schon ein paar Stunden jetzt. Guten Morgen. So, das muss auch nochmal schön gemacht werden hier. Und ich wollte ja auch noch unsere Farm erweitern da oben. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was das Testportal gewesen ist. Da führt's hin. Und der Wald ist schon ganz gut gewachsen. Für das neue Portalhaus. Und den Turm muss ich auch mal wieder auffüllen. Der leuchtet nicht mehr. Ja. Ach, da guckt gar nichts raus. So, unser Langschiff. Wirklich so, dass sie jetzt keinen Schaden kriegt? Nein, man sieht das immer so schlecht, ne? So, hier von der... Oh, vielleicht kann ich sie gar nicht reinsetzen. Nee, das geht nur seitlich. Doch, wurde ganz gut. Oh, hier ein bisschen knapp. So, dann manövriere ich das nochmal einen Ticken nach hinten. So. Und da hängt es fest. Ein niegelnagelneues Langschiff. Immerhin habe ich die... Das bisschen Schwermetall, was da drin war. Noch retten können. Ist auch so doof, ne? Wieso... Na gut, das sind ja dann eigentlich eher so Kisten. War das? Ja. War denn nur eins? Na gut, dann ist das so... Der schöne Hafen. Oh, ich glaube, ich nehme da direkt noch ein paar Bären mit. Na, Holz auch. Ich finde das immer hässlich, wenn das hier so rumliegt. Die sind alle leer. Ah, hier unten. Da geht es weiter. Und da drüben geht es auch weiter. Und hier auch. Sehr schön. So, als nächstes würde ich dann mal in die Ebene gehen. Und... Mal überlegen, was wir mit dem Loks-Stall machen. Ich habe da so eine kleine Idee. Das ist jetzt nicht weltbewegendes, aber... Dass man das ein bisschen... Größer baut. Schöner baut. Und vor allem gucke ich erstmal bei der Farm. Wegen Mehl. So, das war es dann aber jetzt erstmal mit Bären. Oh, da unten ist ja noch einer drin. Zwei. Hup, hup, hup. So, dann können wir erstmal Schweine füttern. Ich gucke mal auch, ob noch Pilze gewachsen sind bei der Farm. Da habe ich doch wieder was gesehen gerade. Und diesen Turm, ja, da muss ich auch mal weitermachen. Weiß nicht so genau, was ich damit noch machen soll. Ach, hier draußen, stimmt, da waren ja Trolle am Start. So, haben wir denn schon wieder ein Wildschwein. Da ist ein Wildschwein. Also es sind alles welche, ne? Aber die heißen dann auch so. Das heißt, es sind neue. Müsste ich vielleicht mehr von diesen... Das könnte ich mal machen, ne? Wenn ich Holz hätte. Genug. Aber vielleicht sammeln wir das ja noch. Ja, die Pilze meinte ich. Ich finde das praktisch, dass die hier auch bei der Farm sind. Holz, Holz, Holz. So, irgendwo war da noch ein Pilz. Oder da. So, ich mach mal jetzt... Was war da draußen? Nichts. Aber eigentlich sind doch genug da. Egal, ich setze mal hier noch einen hin. Vielleicht können wir da noch ein paar mehr machen. Wir haben ja auch noch keinen Eingang, ne? Hier soll ja noch ein kleines Törchen rein. So, es gibt Futter. So, ich weiß mir vorne noch ein paar hin. Dann hier hinten noch in die Ecke. Ja. Können da fleißig poppen. Habe ich nicht gesagt. So, ja. Sehr gut. Das hätten wir erstmal alles. So, gehen wir hier mal eben noch das... Hier Loot ab. Kann ich mehr? Okay. Da reicht. Jetzt laufe ich hier immer hier hoch. Das ist doch Quatsch. Ich muss hier unten rein in das Portal. Ebene. Könnte man umändern in Farm. den Weizen-Farm. Mir passiert. Oh. Wir haben sowas kaputt gemacht. Ja, die blöden Grauzwerge sind hier ausgerastet. Die haben oben das Feld kaputt gemacht und bestimmt auch unten das Feld. Ah, dann müssen wir es doch einzäunen. Ne, haben sie nicht. Das haben sie... Doch ein bisschen was haben sie hier kaputt gemacht. Komm mal her jetzt. Ihr blöden Viecher. Wo war der andere? Da. Oh, da könnte ich nicht mehr blocken. Die kommen halt aus dem Wald hierher gelaufen. Und klar fehlt Holz. Immer noch? Ja, ich glaube, dann müssen wir das doch einzäunen. Wenn ich hier oben noch Felder anlegen möchte. Wie mache ich das am besten? Da können die nicht drüber springen, ne? Ja, eigentlich wäre das schon praktisch, wenn ich das unten jetzt wenigstens einzäune. Boah, der Lox will ausbrechen. Nicht. Bleibt grün. Ja, das müssen wir größer bauen. Einfach hier so lang ziehen, finde ich ganz gut. Und ich dachte mir nämlich, hier werde ich einfach nochmal einen Weg bauen. Der geht dann hier raus. Ja, genau. So die Frage jetzt, wie breit mache ich den? Ja, ruhig zwei breit, oder? Genau, dann machen wir hier einen Weg und dann geht es von diesem Weg hier in das Loxgehege rein. Dachte ich mir mal so. Hallo? Guckst du denn da raus? Ja, wie zeune ich das jetzt sinnvoll ein? Ich habe halt nicht genug Holz gerade dabei. Aber ernten kann ja trotzdem. Weil Mehl brauchen wir eigentlich. Na, nimm. Warum machen die sowas eigentlich überhaupt kaputt? Also, da sind die ja gar nicht so dumm, ne? Ich habe Kobolde gehört. Ich sehe keine. Da! Ja, war klar. Aber warte mal, vielleicht haben die das nicht kaputt gemacht, sondern gekämpft und das eben so kaputt gehauen, wie ich das gerade beim Schlagen. Boah, das Inventage wieder voll, ne? Ja, komm. Äh, die brauche ich nicht. Wir müssten das irgendwie einzäunen. Oder halt wirklich alles sicher machen, bis da oben zu dem Wald und dann könnte man ja da eine Grenze bauen. Aber da muss man zu zweit hier durchlaufen. Das geht halt alleine immer schwierig. Hab da eh keinen Platz. So, und die anderen sind auch ausgewachsen, die anderen Loxe. Ich kann auch direkt wieder pflanzen. Machen wir hier das Ding wieder voll. Die Ausdauer wieder, genau. 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 So viel Loot von denen aufgenommen. Deswegen ist es Inventar voll. So, dann noch hier ein bisschen und dann haben wir es schon wieder. Gut, und dann würde ich sagen, ich packe mal das, was ich noch jetzt im Inventar habe an Gerste in die Mühle und wir sehen uns im nächsten Part. Hau da hin, bis dahin, tschüss. bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin,